Musik Ich freu mich schon auf zwei gute Tage. Ich hab dich als Alibi eingeladen. Als Alibi? Ja, für den Notfall. Also wir haben einen Plan, ja. Mach so was, du, du, du. Ich kümmere mich um alles, ja. Es kommt alles in Ordnung, ja. Also Pifferl! Ich bin schwul. Und einen Mann, mit dem ich drei Wochen keinen Sex hab, den hab ich schon. Ja. Ah, Sie machen das professionell. Na herz, höchst professionell. Und ich glaub, der macht das zum Spaß. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ich kann nur so blöd sein. Danke. So deppig muss man. Masel. Danke. Das ist sie. Die Susi. Ah, ja. Ich habe heute Geburtstag. 100 Euro. Zu den üblichen Konditionen. Das ist mein Lieblingsneffe von Robert, von dem ich so viel Taschengeld gewinnt habe. Und deine Frau. Und meine was? Ja. Die was? Alles. Bitte? Alles. Das Abendessen ist rollfertig. Das ist mein Guck. Das ist ein Hüßchen. Wuff. Äh. Was? Wie fall ich dir? Mein Bär. Du Schwein. Das ist ja die Pöckchen. Was? Ich weiß nicht, was ich glauben soll, ob es der Zeit für den Gratsch hat, er kann uns früher noch einleihen. Hä? Jetzt hohe ich nicht, wenn wir oben spüren. Oh wirklich? Ja. So. Ich hab ihn! Mausi, Mausi. Robert. Ich hab ihn! Ich hab ihn doch noch die Sorte von der Tante. Was für eine Tante? Die Süße für eine Diabetikerin. Ich weiß nicht, von was du redest. Was für eine Diabetikerin? Na ja, du den wunderschönen, teuren Mann. Das ist wirklich in der Erde. Aber du weißt doch nicht, was ich... Ich hab keine Ahnung, wer es ist. Dann wäre es durchaus gerechtfertigt, dass du dir einen rein theoretischen Geliebten zulegen dürftest. Zück dich her! Ja, nein, nein, nein! Das wäre doch sehr ungerecht, weil da müsste ich deiner Frau verlassen. Das kommt die ganze Zeit! Und weißt du, die Wahrheit, die kommt ja sowieso immer von sich. Ja, offentlich nicht.